Okay, das ist die Ursprünge. Das war jetzt die ursprüngliche Form der Stiftshütte. Die Geschichte entwickelt sich weiter. Wir machen einen kleinen Sprung zum Salomonischen Tempel, der ja nun nicht mehr bloß ein blankes Zelt ist. Wie ist der aufgebaut? Der hat erstmal noch eine relative Ähnlichkeit mit der Stiftshütte. Der hat vor allem den Unterschied, dass er eben nicht mehr flexibel ist. Also dass er jetzt im gelobten Land, wo die Israeliten angekommen sind, fest manifestiert geworden ist. Und dort ist dann eine besondere Änderung, oder die für mich eigentlich augenscheinlichste Änderung, dass dort die zwei Säulen vor dem Tempel stehen, von denen ist in der Stiftshütte noch überhaupt nicht die Rede. Und diese zwei Säulen waren in der Stiftshüttenzeit gewissermaßen auch vorhanden, aber eben noch nicht Teil der Stiftshütte. Sie waren nämlich die Wolken- und die Feuersäule, die sich aber dort noch immer abgewechselt haben. Die in der Wüstenzeit der Israeliten, also während eben die Stiftshütte im Dienst war, wo sie immer wieder auf- und abgebaut wurde, da stand die Säule, also die Herrlichkeit Gottes als Säule, in Säulenform, bei Nacht als Feuersäule, um also in dieser Kälte der Nacht durch die Hitze des Feuers einen Ausgleich zu bringen. Und in der Tageshitze als kühlende oder schattengebende Säule aus Wolken. Also sie hat immer quasi den Ausgleich gebracht für die Israeliten in diesen Extremen der Wüstenzeit. Und diese Wüstenzeit wird im Wesentlichen als die Zeit dieses siebten Tages, also als das Leben in dieser Welt einfach aufgefasst, die eben mit den Extremen behaftet ist einfach. Und das Gottesvolk ist eben geborgen in dieser Begleitung durch die Herrlichkeit oder die Einwohnung des Ewigen, in Form dieser Säulen, die aber dort in der Wüstenzeit eben noch abwechselnd ist, wie eben alles hier in dieser Zeitwelt des siebten Tages sich abwechseln muss. Das eine kommt, das andere geht und es muss immer sich nacheinander zeigen. Während dann im gelobten Land am achten Tag, also in dem Durchbruch in die Ewigkeit gewissermaßen, dort wird es alles dann eins. Da stehen beide Säulen nebeneinander gleichberechtigt, so wie Sonne und Mond oder Tag und Nacht dann plötzlich gleich sind, was einfach nicht möglich ist in der physischen Welt. An diesem achten Tag ist es eben möglich. Und dort ist dann eben ein Tempel, das auch symbolisiert in diesen Säulen. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Der nächste Tempel, da ist dann der riesige oder ein größerer Unterschied. Dort gibt es nämlich noch weitere Vorhöfe. Man könnte das jetzt auch negativ deuten. Je weiter die Geschichte fortschreitet, desto tiefer ist der Abstieg eigentlich in die Materie des Menschen. Und desto weiter entfernt er sich gewissermaßen vom Zentrum, vom Kern, vom Heiligen, vom Allerheiligsten. Das heißt, um dieses Allerheiligste, in der Stiftsfitte war da wirklich nur eine dünne Zeltwand und dann da draußen noch so ein Brettervorhof eben. Beim Tempel ist es dann alles schon steinern, also auch schon viel definitiver. Also beim Salomonischen Tempel schon. Und beim weiteren, also beim zweiten Tempel, beim wiederaufgebauten Tempel, dann unter Ezra und Nechemia, der dann später nochmal ausgebaut wurde, unter Herodes. Das ist dann der Tempel, der letztlich komplett zerstört und nie wieder aufgebaut worden ist. In diesem letzten Tempel gibt es also noch Vorhöfe um den eigentlichen Vorhof herum. Also der eigentliche Vorhof ist dann nur noch der dritte von drei Vorhöfen. Und das sind also noch zwei weitere Schalen, Klippot könnte man jetzt auch wieder sagen, um dieses Allerheiligste drumherum gezogen worden. Also das Allerheiligste ist immer stärker abgeschirmt vom Zugang durch das Profane. Heißt das eigentlich, ich bin ganz provokativ, was ich jetzt sage, wie man es ja auch in der Freimaurerei kennt, immer da, wo kein Geld da ist und wo alles noch improvisiert werden muss, ist man noch am Nächsten, am Göttlichen dran. Und dann hat man irgendwann das teure Logenhaus gebaut und macht nur noch, bezahlt nur noch Beiträge, um das blöde Logenhaus zu bezahlen. Und kommt immer weiter weg vom eigentlichen Heiligen. Ja, du lachst da jetzt so drüber und das sollte vielleicht sogar wirklich nur ein Spaß sein, aber das ist genau Kabbalah angewandt. Du hast dieses Prinzip, wie es in der Bibel beschrieben ist, übertragen auf die Realität, wie du sie erlebst. Das ist Kabbalah wirklich praktisch. Also genau so, ich würde sagen, so eine Organisation wie die Freimaurerei, aber kann man auch alle Organisationen betragen, geht nach dem selben Prinzip irgendwann zugrunde, wie auch das Göttliche in der Bibelgeschichte immer stärker in die Materie sich zurückzieht, gewissermaßen. Also gerade so jetzt der Abstieg von Mose bis eben dann zur Zeit des Messias, das ist schon sehr extrem. Mose, da ist noch direkt der Kontakt mit Gott, die ganzen Israeliten sehen noch die Wolke und hören das Gedonner und hören sogar die Stimme Gottes bis zu einem gewissen Grad, bis sie es nicht mehr ertragen können. Und dann mit jeder Generation geht halt weniger in diese Richtung. Die Propheten dann im Exil, die haben noch ein bisschen was, aber auch schon längst nicht mehr dasselbe. Und man sagt sogar eigentlich am allermeisten, sogar noch mehr als alle Propheten, sogar mehr als Mose, der auch eigentlich nur ein Prophet ist, hat jeder einfache Israelit bei dem Wunder des Auszugs aus Ägypten gehabt, als sie durch das Schilfmeer gezogen sind. Da hatte jeder Einzelne, die magt, genauso wie der Königssohn oder der Fürstensohn, einen eigenen, ganz individuellen Gang durch dieses zu Kristall erstarrte Wasser um ihn herum. Und in diesen Kristallen hätte er Visionen gesehen, die nie wieder ein Prophet nach ihm in der ganzen Menschheitsgeschichte haben wird. Also das Urwunder, befreit zu werden aus Ägypten, also natürlich ist auch nicht historisch verstanden, sondern das erlebt jeder Moment, möglichst jeden Tag. Das ist eigentlich das, wo die größte und tiefste Einsicht in das Heilige möglich ist, wo auch dann die Innigkeit der Beziehung eigentlich zu Gott am höchsten ist. Und eigentlich in den negativen, vermeintlich negativen Leidenssituationen ist mein Gott vielleicht am nächsten. Man denkt, es ist alles schick und alles schön und ich habe einen Haufen Kohle und ich kann es mir schön machen und da noch einen Vorhof bauen und da noch eine Wand. Dann kommt man immer weiter weg. Ja, dann steht man irgendwann, das hatte ich, glaube ich, aber schon mal in einem anderen Video erzählt, dann steht man irgendwann wie der König Nebukadnezar auf dem Dach seines Palastes und schaut sich um in seinem Reich, was er überblickt und sagt, schau mich an, das schöne Babel, ich habe es mit meinen eigenen Händen geschaffen. Und dann hat Gott ihn erniedrigt und er wurde ein Wahnsinniger und hat seine Fingernägel so lang wachsen lassen wie die Tiere und hat sich von Dreck ernährt und musste sieben Jahre oder ich weiß nicht wie lange dahin siechen für seinen Hochmut und danach wurde er wieder gnädig zurückerhoben in sein Königtum. Ja, sehr schön. Gut, pass auf, weiter. Also, wir neigen beide dazu, schnell abzuschweifen, mal einen kleinen Witz reinzuschmeißen und dann plötzlich ist man schon in der nächsten Thematik drin. Wir müssen uns disziplinieren. Disziplin. Gewohrer, Strenge, genau. Also, die praktische Anwendung des Lebensbaums. Lebensbaums, du wolltest noch was über den Erfbarer. Wie der Tempel zu den Lebensbaums zugeordnet werden kann. Auch da will ich jetzt nicht eine eindeutige Zuordnung als die einzig wahre darstellen. Aber zum Beispiel ist in der westlichen Tradition sehr üblich, dass man den Vorhang vor dem Allerheiligsten, also wo das Heiligtum vom Allerheiligsten getrennt wird, wo eben dieser Räucheraltar davor steht, der Parochet, wie er in der Bibel genannt wird, oder Paroches. Und der wird meistens genau an die Stelle vor Tiferes, also von unten kommend, beim Aufstieg auf dem Lebensbaum, vor Tiferes gesetzt. Also, wenn man Tiferes erreicht, betritt man eigentlich das Allerheiligste schon. So wird es zumindest dort meistens gedeutet. Ich glaube, im Judentum würde man das nicht unbedingt so zuordnen. Da würde man das Allerheiligste wahrscheinlich erst jenseits des Abyss oder sowas ansiedeln. Aber ich finde auch, in der westlichen Tradition kann man den Abyss noch im Sinne der Bundeslade irgendwie in das Bild einbauen. Also hinter dem Allerheiligsten geht es ja noch weiter. Da ist dann eben die Bundeslade mit den Cherubim und so. Die stellen eben wieder auch bestimmte Hüllen um den eigentlichen Inhalt der Bundeslade eben dar. Und das ist eigentlich der Abyss, könnte man sagen. Aus der Bundeslade ist alles geschaffen. In der Bundeslade ist dann in der Bibel auch, oder laut Bibel auch, die zehn Tafeln mit den Worten Gottes. Das ist genau genommen sogar beide Tafeln, nicht die zehn Tafeln, die beiden Tafeln mit den zehn Worten Gottes. Und in der Überlieferung wird es oft auch so gedeutet, dass es nicht nur die zwei Hälften sind, sondern die zweimal zwei Hälften. Also die eine, die zerbrochen wurden, als Moses das erste Mal vom Berg runter kam. Und die Israeliten mit dem goldenen Kalb alles wieder vernichtet hatten, was sie bisher erreicht haben. Da wurden ja erstmal welche zertrümmert und dann ist Mose nochmal hoch und nach weiteren 40 Tagen hat er dann nochmal, beziehungsweise nach sogar 80 Tagen erst, das ist dann an ihrem Kippur nach der jüdischen Datierung. Dort hat er dann die zweiten Tafel bekommen, die er selber angefertigt hat und Gott hat mit dem Finger, also mit dem Finger Gottes wurden dann die Worte da aufgeschrieben. Die ersten Tafeln, die waren auch komplett von Gott. Die waren selber von Gott geformt und fertig schon Mose gegeben. Da hat Mose gar nichts dran gemacht. Die waren einfach nicht erträglich für diese Welt, deswegen musste er sie zertrümmern. Das ist auch wieder so eine Art Widerspiegelung dieses Prinzips des Lichtes, was wir in einem der vorigen Teile hatten, was in die Gefäße kommt, aber die Gefäße halten einfach das Licht nicht aus. So ähnlich ist es mit diesem Wort Gottes, was zu direkt kommt. Das muss zertrümmert werden, das kann nicht bestehen in dieser untersten Welt. Deswegen kommt dann der Kompromiss, Mose muss selber was beitragen, der Mensch muss selber was beitragen, um das Wort Gottes hier auf Erden verkörpern zu können. Er muss sich selber ein bisschen erheben und Gott kommt nur ein bisschen runter, nicht bis ganz runter. Und so kann diese Welt bestehen bleiben, ohne vernichtet zu werden. Aber jetzt, da sind wir auch wieder ein bisschen abgeschweift in die ganze Thematik, wie es zu dieser Stufenfolge der Weltschöpfung kommt, dass immer das Licht immer weiter abgeschottet werden muss, damit überhaupt die physische Welt Bestand haben kann, weil eben das reine göttliche Licht alles verzehrt und alles vernichtet, weil alles wie nichts ist vor Gott, wie es dann ganz oft heißt. Ja, das erstmal zum Thema Lebensbaum auf den Tempel. Kleine Frage dazu. Könntest du dir vorstellen, dass auch die zehn Gebote, dass die eine Korrespondenz haben zu den Seferalen? Also nicht nur forschen, das ist ganz eindeutig auch schon urjüdisch, schon in diesem Sefer Yetzirah, also in dem eigentlich ersten Buch der Kabbalah, oder es wird meist gar nicht der richtigen Kabbalah zugerechnet von der historischen Forschung, aber es ist eigentlich so einer der Urtexte der Kabbalah, da wird schon diese Zehnheit auch mit den zehn Schöpfungsworten ganz klar identifiziert. Also die zehn Schöpfungsworte sind eben in dem Schöpfungsbericht, jedes Mal, wenn Gott auf Hebräisch das Wort und Gott sprach, bei Eumer Elohim auf Hebräisch, das ist genau zehnmal in diesem Sieben-Tage- oder Sechstage-Werk. Und deswegen wird gesagt, das sind zehn Schöpfungstaten, die entsprechen auch genau diesen zehn Spheralen. Ja. Okay, wir haben jetzt gesprochen über Gerüche, über, ach wie lecker war das, über Geschmack. Ich muss kurz innehalten. Wir haben aber auch jetzt über den Tempel gesprochen. Du hast über das Visuelle gesprochen im Bild. Ich habe vor allem über das Jüdische gesprochen, dass eigentlich alles Verhalten von diesem kabbalistischen Prinzipien abgeleitet ist. Und das kommt dann auch so ein bisschen an den Punkt, auf den ich hinaus will am nächsten, dass es eigentlich darum geht, das gesamte eigene Leben, also auch den Alltag, auch die ganz profanen Dinge des Alltags. Nur ein Beispiel. Ein Jude, also ein Chassid zumindest, wenn er morgens erst mal im Badezimmer seine natürlichen Verrichtungen getan hat, dann gibt es einen Segensspruch, der seit Jahrhunderten dann gesprochen wird, der eben grob gesagt Dank an Gott ausspricht, dass er die Öffnungen und Höhlungen des Körpers genau in der richtigen Weise in Weisheit geschaffen hat, dass sie nicht geschlossen werden, wenn sie offen sein sollen und nicht irgendwie geöffnet werden sollen, wenn sie eigentlich geschlossen sein sollen. Also man dankt für die Körperfunktion wirklich ganz ausdrücklich. Und das soll eben alles durchziehen. Wie eben schon gesagt, wie man sich die Jacke anzieht, wie man sich die Schuhe bindet. Übrigens, da ein kleiner Unterschied, da wird links zuerst gebunden und dann rechts gebunden. Vielleicht, weil die linke Seite, die Sitra Achra, eben für alles Binden, also alles Binden, alles Beschränken zuständig ist. Dann wird dann eben auch dieses Prinzip in so einem kleinen Detail mit eingebaut. Vielleicht kann man auch modern gesprochen sagen, das sind eigentlich, wenn man jetzt wirklich das nach ganz strengem Leben würde, ist der ganze Tag eines gläubigen Judens voller Achtsamkeitsübungen, könnte man sagen. Modern gesprochen. Oder magisch gesprochen, er lädt alles auf mit halt bestimmten Prinzipien. Er lädt alles auf und er macht alles bewusst vor allen Dingen, macht es nicht unbewusst. Er lebt bewusst jeden Moment seines Lebens. Ja, wobei bewusst auch jetzt nicht zu kalt bewusst sich vorgestellt werden sollte, sondern das ist ja auch eher eine Routine. Die macht man nicht mehr bewusst. Man spricht die Gebete, wenn man die tausendmal gesprochen hat. Und tausendmal hat man jedes Gebet, also jedes Hauptgebet, schon nach einem Jahr, wenn man das jeden Tag macht, gesprochen. Nach zehn Jahren hat man sie also zehntausendmal oder noch mehr gesprochen. Dann hat man das so drin, da denkt man nicht mehr über jedes Wort nach. Es wird sogar im YouTube gesagt, das sollst du am besten auch gar nicht. Während du betest, konzentrier dich auf deine Haltung, auf deine Kavanna, wie es dann genannt wird, auf deine Hingabe, auf deine eben innere Haltung. Und die Worte, vertrau einfach darauf, die Worte haben ihre Kraft, egal, ob du dir jetzt ganz bewusst sie aussprichst. Du sollst ja auch gar nicht groß singen, unkunstvoll, dann könntest du dir einbilden, dass du selber mit deiner Stimmbegabung da irgendwie die Kraft reinlegst. Nein, du sollst ja einfach nur sprechen, darauf vertrauen, dass die Worte von Gott sind und deswegen ihre Kraft haben. Also da ist das Judentum auch ziemlich anders, als so die westlichen Traditionen, was das ganze Vibrieren von Namen und sowas ausgeht. Das Judentum ist da sehr, ich sag einfach mal anders, ich will es gar nicht irgendwie werten oder sowas. Nüchterner vielleicht, irgendwie. Nüchterner und sehr hingebungsvoll, vertrauensvoll, gar nicht Kontroll, also nicht so selber kontrollieren wollen, sondern eher einfach annehmen, wie es gegeben ist und darauf vertrauen, treu weitermachen, was die Väter gemacht haben, so ungefähr. Nicht sehr experimentierfreudig. So, jetzt kommen wir mal zu dem, was wahrscheinlich alle schon drauf warten, also zumindest die gerne Amulette bauen. Lass uns mal über das Anfertigen von Amuletten reden. Tja, wollen wir wirklich jetzt schon damit einsteigen? Weil eigentlich bin ich der Meinung, dass diese praktischen Dinge, die kann man eigentlich nur sinnvoll selber machen, wenn man eben auch diese Grundlage des Lebendigwerdens, dieser ganzen Prinzipien in sich schon bewältigt hat. Also man muss selber diese Kräfte in sich geerntet haben oder halt pflegen, dass man sie jederzeit ernten kann, um dann auch so ein Amulett selber herstellen zu können. Wenn wir jetzt also hier eine Anleitung geben, erstens werden wir das eh so ein bisschen spaßig machen, das ist nicht ganz ernst gemeint, aber durchaus als Beispiel, mit dem man eben selber dann arbeiten kann und seine eigenen Anleitungen sich bauen kann, wie man sowas für sich selber angeht. Deswegen würde ich noch vielleicht zwei Punkte vorschieben, nämlich wir hatten mit dem Thema Gemälde malen zum Beispiel dieses Schema uns schon ein bisschen lebendiger gemacht, überhaupt erstmal nicht lebendig vielleicht, aber zumindest erstmal reichhaltiger gemacht, mit vielen Details ausbestattet und ein bisschen in uns eben etabliert, verankert, dass dieses Grundschema einfach sitzt, wie man so sagt. Das ist einfach, dass man es quasi wie im Schlaf aufsagen, sich vorstellen kann und so weiter. Das ist eine wichtige Grundbedingung, aber eben auch mehr nicht. Dann muss auf jeden Fall das alles noch erfüllt werden mit Vorstellungen, mit Leben. Also die einzelnen Sphirot, die haben wir uns jetzt noch gar nicht in diesem praktischen Sinne wirklich angeguckt. Es gab schon ein paar Andeutungen mit den Patriarchen und so die Geschichten könnte man sich zugute, zu Gemüte führen und so. Das ist auch alles sinnvoll, aber um es wirklich plastisch und fast schon greifbar zu machen, empfiehlt sich aus meiner Sicht am ehesten sowas wie visualisieren, also wirklich sich vorstellen Situationen, die symbolisch die einzelnen Sphirot verkörpern. Und ich finde, es bietet sich immer an, dann sich die Sphirot wie so eine Art, auch wieder Tempel vorzustellen. Muss man jetzt nicht so, wie das mit der Stiftshütte beschrieben wurde, machen, weil da ist eben nicht so klar, welches Sphirat jetzt was ist, sondern ich würde es ganz plastisch, ein Raum, eine Sphirat machen. Also zehn Räume. Wenn man alle bearbeiten will, dann zehn Räume. Also ich habe ja auch schon gesagt, zum Beispiel in dem, was wir zu Freimaurerei gesagt haben, dass manche Arbeitstafeln oder manche Darstellung des Lebensbaumes den Fokus auf bestimmte Bereiche setzen, wie zum Beispiel dieses Bild hinter mir. Da ist der Fokus auf diesem mittleren Bereich mit dem Zentrum bei Tif Eres, also dieses Begegnung mit dem Heiligen Schutzengel in der westlichen Tradition. Und wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, das ist auch tatsächlich so ein einhergehend mit dieser ganzen Sigille, dass also auch eine Art Tempel mit fünf Hallen sich vorgestellt wird, die dann auch noch detailliert beschrieben werden. Ohne da jetzt die Details auszuführen, weil die auch ein bisschen wegführen von dem rein kabbalistischen Thema. Aber grundsätzlich sind diese Hallen eben den Sfirot zugeordnet. Die erste oder nördliche Halle ist der Sfirahot zugeordnet, also links unten quasi. Dann die nächste Netzach, dann die mittlere Zentrale Tif Eres und die oberen beiden Gewurah und Chesed. Und alle haben eben bestimmte Farben, bestimmte Engel, bestimmte Gottesnamen und so weiter zugeordnet. Also auch eigentlich klassische Korrespondenzen. Und die kann man eben auch in den Räumen sich vorstellen. Wenn man also wirklich in einer Art Meditation oder geführte Meditation sich also reinbegibt in diesen Tempel, genau genommen würde man dann auch über die Wendeltreppe erst aufsteigen. Von dem unten, vielleicht kann man es ja noch mal einblenden, da unten ist noch so ein Kubus, auf dem quasi, also der Kubus ist Malchus, das ist die Welt einfach, die materielle Welt, auf dem erhebt sich dann diese Wendeltreppe, auf der steigt man auf. Die Wendeltreppe steht gewissermaßen für den regelmäßigen Kultus. Also sein Alltag zu durchtränken mit diesen Prinzipien. Das ist eigentlich die Wendeltreppe, die einen dann immer weiter hochführt. Und irgendwann erreicht man dann eben wirklich diesen Palast, dieser etwas höheren Sphiroth. Und da dann eben speziell dieser 5 in diesem Beispiel. Und dann betritt man eben die verschiedenen Hallen. Die erste Halle ist der Norden, dem Norden zugeordnet. Dieses Rot, wie der Norden, auch der Farbe Rot, der Erde, dem Ton, aus dem wir geschaffen sind, zugeordnet ist. Im Norden zeigt sich die Sonne nie. Da ist es also düster, eher dunkel. Und dort sind eben auch bestimmte Geschehen. Zum Beispiel wird dort dann der Schaubrot-Tisch aus der Stiftshütte als Motiv eingeführt. In der nächsten Halle, die ist dann, das ist dann der Westen, der ist blau, das hat mit dem Meer zu tun, in das alles, alle Flüsse fließen. Weil der Westen ist auch die Zukunft, auf die wir aber keinen, im normalen Zustand, keinen Blick richten können. Wir können nur die Vergangenheit als Erinnerung uns vor Augen führen. und die Zukunft ist hinter unserem Rücken quasi. Wir stehen immer mit dem Blick in Richtung Osten. Und hinter uns ist eben das Meer, in das alle Flüsse reinfließen. Dann ist auch ein bestimmtes Geschehen dort in dieser Halle angesiedelt. Da ist ein Totengericht. Das hat einen gewissen telemischen Bezug. Das ist im Prinzip das Motiv der sogenannten Stele, der Offenbarung. Da wird also ein Mensch gezeigt, der seinem Totenrichter, seinem Gott gegenüber tritt, mit einer Waage, wo dann eben seine Taten werden gewogen. Also das Siegel, was unter deinem Leben steht, die Taten, die du vorzuweisen hast, die werden also in dieser Halle des Westens, in dieser Sefirah Netzach dann dargestellt. Und so weiter. Ich will jetzt nicht alle Details anführen, aber zu jedem dieser Hallen kann man sich also bestimmte Geschehen suchen. Und das war jetzt auch wirklich nur ein Beispiel. Jeder soll sich seine eigenen, für ihn repräsentativen Geschehen suchen. Die können aus der Bibel entnommen sein, die können aber auch aus einer ganz anderen Tradition entnommen sein. Wir reden ja hier über diesen Lebensbaum jetzt nicht in diesem rein jüdischen Sinne, sondern wir reden, wie es die westliche Tradition uns übergeben hat. Und wir arbeiten damit einfach als Werkzeug. Das heißt, wir sind frei, wir können alles einbauen, was auch immer uns gerade passt. Und wie Crowley schon gesagt hat, gerade dieser Lebensbaum in seiner Schematik bietet eben eine wunderbare Grundstruktur, um alles dort einzuordnen, was man auch aus jeglicher anderen Tradition irgendwie kennt. und das wäre für mich so eine der wichtigsten Arbeiten, gerade so am Anfang, um eben, nachdem man dieses Schema erstmal verinnerlicht hat, auch die einzelnen Bereiche des Schemas noch viel mehr mit Leben zu füllen. Und da kann man eben solche Visualisationsübungen oder auch geführte Meditationen, man kann sich einen Text zum Beispiel schreiben, der einen solche Szenarien in plastischen Worten beschreibt, man kann es aufnehmen, Tonaufnahme machen und sich dann anhören mit geschlossenen Augen, in der meditativen Haltung oder dergleichen und so einfach immer mehr eindringen in diese Realität dieser Kräfte, dass es eben nicht nur eine schematisch abstrakte Beschreibung von irgendwelchen vermeintlichen Prinzipien bleibt, sondern dass man zunehmend wirklich in eine eigene Realität kommt, die also auch objektiv ist. Man nähert sich dieser objektiven Realität über seine subjektiven Bilder, die man halt aus seinem eigenen, was man studiert hat, welche Quellen man heranzieht, welche Traditionen man bevorzugt und so weiter. Aber letztlich dringt man irgendwann zu etwas durch und das wird man merken, wenn man wirklich das längere Zeit macht und auch mit der gebotenen Konzentration und Hingabe, dann wird man früher oder später Erlebnisse haben in diesen Hallen, wenn man es jetzt wirklich in dieser bildhaften Symbolik macht, wo einem ganz klar ist, da passiert gerade was, was ich nicht mit meinem normalen Bewusstsein jetzt irgendwie bewusst herbeigefühlt habe, sondern ich bin gerade mit Geschehnissen oder mit Wesenheiten irgendwie konfrontiert. Die haben eine eigene Realität, die setzen mir etwas entgegen. Also die sind nicht, wie man es bei so einer Art Tagtraum oder sowas hätte, komplett meinem Willen unterworfen, sondern eher wie in einem wirklichen Traum. Also da kommen dann Bilder, die einem ihre Realität wirklich aufzwingen, immer mehr. Und Bilder meine ich jetzt auch nicht nur im visuellen Sinne, sondern einfach Erlebnisse auf allen Ebenen der Eindrücke zustande. Und das ist eigentlich dann so der Beginn, wo man wirklich die Kraft kennenlernt, die mit diesem Sephiroth angedeutet werden soll. Also mit diesen ganzen Korrespondenzen, mit den ganzen Wörtern, die das beschreiben, die alles nur Krücken, nur Stützräder, um sich letztlich dann wirklich selber der Kraft zu nähern. Und erst dann kann man langsam eine Ahnung davon bekommen, was es damit wirklich auf sich hat. Und dann wird man auch diese ganzen Beschreibungen wirklich erst verstehen. Davor waren sie eben nur so, ja, Hinweise, Brotkrumen, denen man folgen konnte. Und wenn man dann das Ziel erreicht hat, mit dem Rückblick, dann kann man diese Beschreibung auch nochmal mit einer viel tieferen Auffassung durchdringen. Also dann versteht man sie eigentlich erst. Das wäre so ein wirklich wichtiger Schritt, um sich das zu verlebendigen, den ich empfehlen würde, bevor man an irgendwelche praktischen Herstellungen von Amuletten und dergleichen geht. Und dann gibt es noch einen Punkt, um vielleicht auch nochmal das Hören so ein bisschen reinzubringen. Hören ist alles, was man als Geschichten zum Beispiel erzählt. Was ich damals gemacht habe, und da kommen wir vielleicht auch zu dem Thema, neben den Sifirot selber gibt es ja noch die Pfade, die die Verbindungslinien darstellen, sich auch denen ein bisschen mehr plastisch und lebendig zu nähern. Und da habe ich damals die Zuordnung dieser Pfade mit den hebräischen Buchstaben aufs Tarot übertragen, wie das auch in manchen Traditionen gemacht hat, oder in eigentlich jeder Tradition des Tarots gemacht wird. Habe da eine bestimmte Zuordnung gewählt, die mir eben am naheliegendsten erscheint und habe eine Art Geschichte geschrieben, die also quasi die Narrenreise, so den Narren, die erste oder nullte Karte des Tarots, habe ich als so die Protagonistenfigur betrachtet und die macht dann quasi alle 21 Folgekarten durch, auf ihre Reise durch. Das sind auch so drei große Abschnitte dann in dieser Geschichte. Ich kann sie verlinken, ich habe es auch mal bei YouTube eingestockt. Ich wollte gerade sagen, wir können das ja, ach du hast, ich werde auf jeden Fall das verlinken und siehe Videobeschreibung und wenn du es sogar eingesprochen hast, dann kann man es sich ja sogar anhören. Genau, deswegen muss ich auch gar nicht viel zum Inhalt sagen, eher noch so auf der Meta-Ebene. Das soll jetzt auch nichts einzig Wahres sein, sondern es war damals meine Art, überhaupt erst mal das erste Mal, mich diesen verschiedenen Pfaden anzunähern. Auch nicht so sehr im Sinne von jetzt einer gezielten Linie durch diesen Lebensbaum, wie das dann quasi in irgendwelchen so Einweihungstraditionen gemacht werden würde, sondern damals war das wirklich einfach die Karten nacheinander, mehr oder weniger, also in der Reihenfolge, wie ich sie für sinnvoll erachtet habe, aber so wie sie halt auch üblicherweise durchgezählt werden. Ich habe halt nur die Einteilung in drei große Abschnitte dann noch so ein bisschen in den Feinheiten anders gemacht als die übliche Zuordnung. Aber es war einfach mein Ansatz, um diese Dinge für mich handhabbar zu machen. Und darum geht es, dass man also überhaupt erst mal mit den verschiedenen Tarotkarten in dem Fall was anfangen kann. Und das kann man eben wunderbar dann auf die Pfade dieses Lebensbaumes übertragen. Dann hat man auch direkt viel mehr echtes Erleben dieser abstrakten Bezeichnungen oder Zuordnungen zu irgendwelchen Buchstaben. Ja. Damit hätte man auch die Vorkehrungen, sage ich mal, umrissen, um uns dann im nächsten Teil der Praxis der Herstellung eines Amulettes zuzuwenden. Genau. Ein sehr schönes Schlusswort für diesen Teil, mein Lieber. Vielen Dank. Gerne. Und an die Zuschauer, wie gesagt, schreibt eure Gedanken in die Kommentare. Ist jetzt so eine Floskel, aber ich meine es ganz ernst. Man kann es ja auch völlig anders sehen, als wir das hier darstellen. Und wir sind beide ganz gespannt auf Anregungen und andere Sichtweisen natürlich zu dem Thema. Also in dem Sinne erstmal alles Liebe, mein Guter. Bis zum nächsten Video. Bis gleich. Schöne, Mike. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020